YOLO, ich bin der Stix und heute müssen wir ein bisschen reden und zwar über die Zukunft dieses Kanals. Oh nein, oh nein! Hört sich dramatisch an, ist es aber absolut nicht. Und zwar folgendes. Es sieht so aus, dass jetzt der Uploadplan bzw. naja es gibt keinen mehr. Ich habe ja immer so zwei Wochen im Voraus einen Uploadplan gemacht, aber ich hatte das Gefühl, es hat sich sowieso keiner angeschaut. Dann habe ich mir überlegt, was soll das bringen, wenn ich den Uploadplan eigentlich drinne lasse? Das bringt eigentlich uns allen nichts. Deshalb habe ich einen überarbeiten Uploadplan plus einen veränderten Uploadplan. Ich werde den jetzt mal gleich einblenden, schätze ich mal. Und ja, da kann man sehen den Wochentag, den Spiel oder den Inhalt oder eine Bemerkung, falls man die braucht. Man hat ja im Prinzip drei verschiedene Sachen. Man hat einmal Random, wo mir gerade auffällt, dass es bei mir gerade ein bisschen behindert ist. Deshalb mache ich das mal kurz. So, ihr seht es natürlich wieder richtig. So, da hat man zweimal Random. Da hat man einmal ein COD-Video Samstag, das ist ja auch vorher so gewesen. Und Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag das Minecraft Let's Play Together. Ähm, viermal die Woche, ja. Und zwar, weil es war ja jetzt die Woche Schluss mit den beiden Let's Plays mit Mark of the Ninja und Mortal Kombat. Bzw. mit Mortal Kombat war jetzt Schluss. Und glaube ich, morgen müsste die letzte Folge von Mark of the Ninja kommen. Soweit ich mich nicht täusche, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, viermal die Woche. Da sieht man auch schon bei Bemerkungen, ja, steht ein bisschen was zu dem ganzen Let's Play. Und die anderen sind ausgegraut, weil sie eben schon mal vorhanden sind. Dann Mittwochs Random. COD-Video, Minecraft-Video und andere Videos, aber kein fortlaufendes Let's Play. Bedeutet einfach, dass es Mittwoch und natürlich Sonntags, äh, ein COD-Video kommen kann. Oder ein Minecraft-Video, z.B. ein Let's Show oder so. Oder Master-Bilder oder Speed-Bilder oder was weiß ich. Oder andere Videos. Andere Videos, weiß ich nicht, was das sein soll. Das kann, das ist Eventualitäten, weißt du. Ähm, ja, was da eventuell kommen könnte. Andere Videos, welche, keine Ahnung, vielleicht mache ich ja Flash-Games oder so'n Scheiß. Auf jeden Fall, Eventualitäten kommen da auf jeden Fall Mittwochs und Sonntags. So, nochmal zur Erklärung. Let's play it together mit dem, äh, Legend. Und zwar im Survival-Modus, ist klar. Und Vanilla-Resource-Pack heißt einfach, dass, ich glaube, Legend mit, ähm, Vanilla spielt. Also komplett Vanilla und ich, ähm, mit nem Ressourcen-Pack. Ansonsten ist es nicht gemodelt. So, dann am Samstag kommt Save, ein Call of Duty-Video. Also, ähm, was heißt Save? Es kommt auf jeden Fall, wenn Samstags ein Video kommt, ist es ein COD-Video. Oder es ist eben nachgeholt von Freitag oder so. Aber normalerweise ist es Call of Duty-Video Samstag. Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 2 oder andere im Prinzip sind alle möglich, die ich mir erworben habe. Mh, dann steht da jetzt Erklärung hinter. Challenge, Stuhl, Live oder halt normale Commentaries oder ähnliches. Was mir halt noch so einfällt bzw. was ich bringen möchte. Gut, das wär's erstmal zum Uploadplan. Ich hoffe, der ist soweit verständlich. Ähm, wie gesagt, jeder kann sich was wünschen und ich werd's dann, äh, vielleicht machen. Ähm, je nachdem, ne. Äh, normalerweise schreiben mir, äh, nur Leute was in die Kommentare, wenn sie, äh, eigentlich ein Abo wollen. Ähm, aber, äh, darüber mach ich noch ein Video wahrscheinlich. Das könnte nämlich jetzt zum Beispiel jetzt Mittwoch, Sonntags oder Samstags kommen. Je nachdem, ja. Und, ähm, ähm, zur Erklärung, es kommt nicht Montag bis Sonntag safe ein Video. Random heißt ein Random Video, aber, Freunde, es heißt nicht safe ein Video. Das heißt, wenn Mittwoch oder Sonntag ein Video kommt, ähm, wird es ein Random Video sein. Beziehungsweise ein Nachtrag vom anderen Tag, ja. Äh, nur Samstag wird safe ein COD-Video kommen. Ähm, also, das COD-Video wird auf jeden Fall jede Woche kommen. Ähm, letzte Woche kam, glaub ich, keins. Ja, weil der Ableplan wurde abgeschafft und ich hab die anderen Serien einfach weitergeführt. Und, ja, ab heute kommt's wieder safe. Ähm, das ist jetzt nur ein kleines Infovideo, ist klar. Und im Hintergrund weiß ich nicht, was ich packe. Aber wahrscheinlich nicht so viel, ja. Ähm, das wär's dann auch gewesen. Ähm, ja, ich hoffe, die Änderungen waren annehmbar. Sehr gut, schön, toll, super, scheiße, lasst es mich wissen. Ähm, und, ja, ich würd sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, Leute, ciao.